Hallo und herzlich willkommen auf MyPenumbersonTV. Ja, Seconds möchtest du weitermachen? Ja, eigentlich schon. Wir machen heute ein Minecraft-LP oder wir versuchen jetzt zumindest oder let's show, let's test, wie auch immer ihr das nennen wollt, mit Ninja. Hallo Ninja. Haha, hallo. Minecraft-let's-irgendwas. Ja gut, Ninja muss zwangs zwingend dabei sein. Das ist irgendwie doof, dass jetzt Ninja den Server haustet. Egal. Ja, und, äh... Ja, weil du dann immer... Ich bin ja immer da. Ja, na gut. Ich bin ja immer da. Ich bin ja immer mal wieder. Ja, Ninja hat ja kein Life und so. Ninja hockt dir die ganze Zeit im TS und wartet, ob das irgendjemand auch da ist. Ja, ja, ja. Eigentlich hab ich nur noch die Schule. Weil mein Klasse gerade gesagt, wir haben kein Leben mehr, wir haben nur noch das berufliche Gymnasium, aber egal. Oh Mann. Okay. Okay, ich würd sagen, wir laufen da hinten mal in Richtung Baumgruppe. Baumgruppe? Das sind viele Baumgruppen. Ja, oder da in Richtung... Baumgruppen nennt man auch Wald. Ja, das sind aber ein Verband von Baumgruppen. Eine Baumgruppengemeinde, sozusagen. Ich muss das mit dem Sound noch leiser stellen, weil ich sonst nicht höre hier. Ja, mein Minecraft-Sound ist so extrem laut zurzeit, ich weiß nicht wieso. Ich mein Internet. Oder TS ist so leise. Belastet. Oh, schau mal, Wasser doch. Mit Kohle drin. Ja, da sollen wir mal Holz bauen gehen. Klack. Gehen wir Holz bauen. Ja, würd ich mal sagen. Fangen wir mal an. Check, nur das Holz rausschlagen. Was hast du für ein Texture Pack? Sehr fachs. Ich hab ja im Endeffekt das wie vor Ort drin. Ah, das find ich gut. Ach nee, warte mal. Ich nehm mal ganz kurz ein anderes. Wo haben wir's denn hier? Das ist fachs. Was? Jetzt kommt's, Alter. Verstehen. Jetzt kommt's, Alter. Was der Texture Packer jetzt nimmt, ne? Ja, ich nehm das fachs. Wenn's mal endlich nehmen würde. Ähm... Doch, das dauert bei mir immer so ewig. Ich hab schon mal 38 Sticks, also... Kommt aufs Texture Pack an. Ja, aber das ist eigentlich so ein... Hallo? Der wechselt nicht. Ich fühl mich gemobbt. Achso, ja, weil das ja 1.1 ist, ne? Hm, shit. Ach, selber ganz ruhig. Spiele auf die vor... Nein! Ja, mach ich. Äh, du hast mein Holz weggegraben. Das find ich jetzt echt nicht nett. Ja, hab ich getan. Äh, ich hab mal meine Bugbench. Ich finde, wir sollten einfach zuerst Steine machen und sollten ganz mit Holzechsen anfangen. Ja, das hab ich auch nicht vor. Ich mach mir gleich mal ne... Ich mach mir gleich mal ne... Ich mach mir gleich mal ne Dings... Ne Holz... Äh, Dingsda-Pickaxe. Und dann hau ich Holz weg. Äh, holz weg. Ja, genau. Mach dir ne Spitzhacke und hackt damit ihr den Holz in den Baum rein. Bam, bam, bam. Das geht auch. Super simpel. So, wo haben wir hier... Haben wir hier schon irgendwo Steine gesichtet? Ah ja, hier. Ja, ich hab euch verloren. Ja, in dem Loch. Ah, da bist du ja. Hab ich euch schon mal gesagt, dass dieses hohe Gras so ziemlich super nervig finde. Nein, aber jetzt... Äh, wo bauen wir unser erstes... Äh, wir können unser erstes Hausbeführung am Anfang bauen. Ich finde, wir sollten hier so ein Turm aus diesem Wasser graben. Das wäre doch ganz nett. Nein, keinem Penisturm. Nicht schon wieder. Was redest du? Der sah nicht mal ansatzweise so aus. Aber wir können hier echt was reinbauen, weil das ist irgendwie... Safe. Und safe ist ja immer gut und so. Aua, das hat weh getan. Ja, safe ist das nicht wirklich. Da hopsen uns immer ein Creeper auf den Creeper. Hopsen uns da immer auf den Top. Ja, wir müssen ja oben zuklassen. Immer diese bösen Creeper. Ja, das ist ein Creeper. BuildCraft wäre jetzt echt nützlich. Da hatten wir jetzt ein Update mit Pumpen drin. Das, äh... Aber wir haben kein BuildCraft installiert auf diesem Server. Genau. Wir haben das für den Server crashen. Nee, wir haben gar nichts auf diesem Server installiert. Joa. Ich glaube, wir sollten uns das nächste Mal ein paar Gesprächsthemen überlegen. Ja, das sollten wir dir wirklich tun. Das war jetzt, äh, Fehlstart. Ich will jetzt noch mal auf. Nein, wir lassen das genau so. Ach Quatsch. Dafür wird aber der nächste Part besser. So läuft das hier. Hab ich dir schon mal gesagt, dass es ziemlich doof ist, dass du nur so wenig Zeit hast. Ja, ich hab aber heute so wenig Zeit. Sonst hab ich mehr Zeit. Ja, na klar. Da hat er nur keinen Bock auf dich. Genau. Nein. So sieht aus. Nein. Da hab ich Schuhe. Nein. Äh, es wird dunkel. Wir brauchen irgendwas, um das Ding abzudichten. Jetzt schwingt uns die Creeper hier rein. Ich hab Dreck. Moment. Baut einfach einen Kasten aus Dreck oben hin. Nö. Wir bauen das einfach zu. Ey, wir brauchen Kohle. Oh, ich bau Dreckzäck im Schnell. Ja, da unser Wasser ist Kohle. Ich hab keinen Dreck, ich hatte Holz. Ja, Ninja, hast du Dreck? Dann bau hier das Loch oben zu. Ja, elf Stück. Ich weiß nicht. Wie farmst du denn Dreck, Mann? Oh, wir haben ja eine Höhle gefunden. Ey, geil. Ach so, die hast du gerade gebaut, ne? Ja. Ich nehme Holz. Ich bau doch die ganze Scheiße mit Holz dazu. Ja, farm mich weg, genau. Doch nicht mit Polz, Mann. Ja, egal. Holz gibt's genug. Ja, Dreck auch. Ja, aber wir haben keinen Dreck. Das ist das Problem. Wir haben mehr Holz. Ich hab jetzt schon einen halben Stack Dreck. Wir können das ja einfach zugraben und bau uns dann oben drüber unser Haus. Bin dafür. Ihr hättet noch einfach erstmal eine halbe Stunde lang. Ja, wer hat hier hinten? Alter. Hä? Dayfax. Was ist denn? Hier hinten etwa. Das Loch im Graben. Nein, weil ich schuldige mich dunkel und ich sehe nichts. Und da ist, glaube ich, ein... Dayfax, hast du Steine? Nein. Warum solltest du Steine haben? Ja, ich hab ein paar Steine. Einen Moment. Ja, ich bin auch ein bisschen was. Ich hab nämlich nur... Ich hab... Oh, ich hab... Ja. Oh, verdammt. Die Erleuchtung. So, Bomben. Unsere kleine Saunabutze. Geil. Was läuft denn hier weg? Das ist ja echt nicht schlecht. Also, ein guter Start, oder? Warte mal. Also, der Hammer, ey. Ich kleiste mal das Wasser weg, ey. Boah. Deswegen sag ich ja, bauen wir uns einfach erstmal einen Dreck aus. Das wäre schon gegangen. So meine Pickaxe... Pickaxe. Alter. Pickaxe. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Sorry, sorry, sorry. Ich glaube, Seconds will ich mobben. So. Ja, aber... Sehr fucked. Wir brauchen... Wir brauchen Erde, damit wir... Das hast du getan. Ja, wir brauchen Erde, damit wir hier das Wasser wegkragen können. Ja, aber... Ja, hau den... Oh, sehr fucked. Was denn? Immer werde ich verurteilt. Echt. Ich habe immer noch keinen Stein, weil mir keiner Stein gibt. Ja, ich komme ja nicht hoch, um euch Stein zu geben. Ich habe ein bisschen Stein, aber ich gebe es hier nicht. 11. Die brauche ich selber. Oh, ich habe ja gar keinen Sound dran, ne? Vielleicht tue ich mal meinen Sound dran. Hab Spaß mit deinen Steinen. Die liegen hier unten. Danke. Dunkelheit. So, der Dreck wird weggegangen. Alter! Sorry. Sorry, sorry. Kannst du bitte einfach diesen scheiß Dreck da lassen. Ich darf nicht wieder hier runtergehen und den Raum ausleuchten, ne? Sonst haben wir gleich Zombies in der Wutze. Nee, glaube ich nicht. Also, wir spawnen, wenn ich direkt, wenn man da nebenstehe. Doch. So. Ähm. Frag bitte. Warum fließt eigentlich das Wasser auch noch hier hinten? So, und jetzt müssen wir nur noch die hier ganz oben. Haben wir eigentlich Monster dran? Ja, ich höre Spinnen draußen. Das ist gut. Warum habt ihr hier unten alles mit dazu gekleistert? Ja, damit wir das Wasser wegbekommen. Ja, aber ich will da unten Kohle abfarmen. Äh. Äh. Ich möchte auch Stein abfarmen, aber einmal müssen wir das Wasser wegbekommen. Scheiße, scheiße. Hat eigentlich jemand den Timer gestellt? Da hören wir auf, was uns geliebt. Du musst das... Wir hören auf, was uns geliebt. Ich sehe nichts mehr, weil ich halt mich fucking kaputt gemacht habe. Scheiße. Ja, ich hätte einen Timer gesetzt, aber gut. Also jetzt nicht für 10 Minuten Part, sondern für alles. Ich meinte ich. Ja, so ziemlich. Ja, für eine Stunde, das wäre ungefähr um 5. Zocker. Hm, na gut. Hilf mir, das Wasser zu beseitigen, bitte. Ich hau ja gerade unten ein bisschen Stein raus. Wow, mit Stein werden wir sicherlich das ganze Wasser wegbekommen. Ich dachte eigentlich mehr an Erde. Ich habe auch Erde, 46 Stück. Oh, jetzt habe ich auf keinen Fall schon eine Schaufel mehr. Auf keinen Fall eine Schaufel mehr. Ich hau jetzt hier unten bloß gerade mal so einen viereckigen Raum hin, damit wir auch irgendwo pennen können und alles mögliche. Ach, warum denn viereckig? Das ist immer so langweilig. Es ist echt eckig, es ist viereckig. Ja, es ist viereckig. Es ist Minecraft. Die wird in Minecraft etwas bauen, dass du nicht vier Ecken hast. Äh, ich habe die Decke eingerissen, das war. Ja, hier sieht es auch geil aus, so ein bisschen dunkel, ich weiß ja nicht. Aber da fällt immer so schön Mondlicht rein. Ja, wir müssen uns aber nächstes Mal echt ein bisschen Gespräch hinüberlegen, welches Spiel oder so ein Zeug, weil... Äh, scheiße, mir war schon gefallen. Weil sonst würde das hier nicht vier. Das wird eskalation. Und Kalibalismus und wir bringen uns alle gegenseitig um. Hat sie noch Fackeln? Bam. Ja, eine. Ja, zwei. Ja, weil du mal eine geklaut hast hier. Die stand da rum, die habe ich mitgenommen. Oh, ich habe immer wieder runter, ey. Jam, 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 jam. Das ist mal da hinten in der Ecke, die Dings noch da, weil dann... Ja, okay. Das ist mal da, da können wir dann... Okay, und jetzt können wir endlich den ganzen Tag wieder weg. Achso. Ah, Alter. Ah, Leute. Ja, jetzt hast du das eine, was du da auch noch weggemacht hast. Oh, Mann, da wollte ich nur endlich die Bälle draus machen. Ach, komm, ey. Wir haben da draußen eh was, oder? Yay, eine wasserfreie Bude. Ja, fantastisch. Jetzt drehe ich mir das Wasser, aber irgendwie. Ja, bestimmt. Komm, gleich noch mal neu her schaffen. Eisen sammeln. Eimer sammeln. Wir haben eigentlich zwei Workbench, das sind unnötig, ich weiß ja nicht. Ja, komm, ich habe schon noch eine gemacht. Ich hatte vorher schon eine gemacht. Nein, hau die Fackel wieder hin. Was macht denn noch was mit dem Boden aus Stein, oder? Hm, ich würde sagen, wir graben das Ding jetzt einfach so tief, bis der ganze Boden aus, äh, klingst schon. Das können wir natürlich auch machen. Wir können auch einfach uns hier nicht so eine hässliche Butze bauen, sondern, wenn es wieder hell ist, draußen irgendwas schönes bauen. Nein, nein, das ist viel zu einfach. Ja, das ist viel zu einfach, wollte ich gerade sagen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Ja, ich glaube, wir haben noch Nacht, oder nicht? Äh, ja, aber kann man trotzdem jagen gehen. Ja, ich habe wieder gefallen. Ich scheide einfach die Zombies hier rein, verprügel sie mit meiner Pickaxe und hoffe, dass die Rotten Flash droppen, mein Gott. Bw. Ciao. Na, warte. Doch, komm, ey. Wenn ich jetzt draußen jagen gehe, dann... Meiner auch, sonst bitter. Hast du noch Stein, sonst gebe ich dir was. So, damit kann ich jetzt mal eine Menge jagen. Ich habe 38 Steine, ich habe vorher mit dem Stein abgeschlagen. Ach, ich habe nur noch elf. So, aber das hier wird unser geheimer Keller. Der Geheim-Forno-Keller. Äh, so. Oder so. Oder so, wollte ich es nicht sagen. Da hast du mir sowas gemeint, aber... Perverse. Oh, ich brauche Fleisch, scheiß Schweine. Ich gebe noch fucking an an deinem Herzen. Ich habe sechs an den Schweinen, dass wir kein Fleisch hätten. Äh. Teebacken ist... Oh, Fleisch. Nip, 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 nip. Ich habe Gravel gefunden. Cooler Typ. Überall Gravel. Ja. Wir sollten uns vielleicht einfach nachher ran. Dann hört man, dass wir hier einfach irgendwo hingehen. Ja, ich finde das aber gar zu blitzig. Hier ist so ein Bogen und der schießt mich die ganze Zeit ab. Und ich habe noch ganz wenig Leben. Hören wir uns eigentlich auch angezeigt, wenn jemand drauf geht? Nee, oder? Nö. Doch. Doch, also ich weiß nicht. Wird angezeigt. Was tust du die fucking schon wieder weg, ey? Ich lasse es nicht. Weil ich sie in die Wand packe, weil jetzt die Bogen hier. Immer diese ausreden. Ja, dann haben wir noch einen schönen Untergrundkeller hier. Ist doch der Hammer. Ja, und schwebende Workbenchers. Ja, das ist auch. Ja. Oh mein Gott. Aber schon ganz schön groß, der schwebende. Mein Gott, nein. Der Untergrundkeller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, baum. Oh Mann. Mit Holzdach. Ja, so eine Art Holzdach. So, bam. Ja, das geht doch. Kann man anbieten. Trademark. Hier schlafe ich. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Ey, das ist aber gar keine schlechte Architektur hier. Kommt schon nicht schon wieder verwacktes Schwein. Eigentlich sind wir da ganz geil hier, wenn wir... Das ist auch ein bisschen schöner ausbauen hier. Ja, da kann man einen Keller draus machen, hast du schon recht. Nö, ich dachte eigentlich nicht... Ja, gut. Ja, eigentlich schon. Ein Wohnkeller für Ninja. Hallo, ich kann mich noch erinnern, als wir mit Big Sane gespielt haben und ihr das ganz andere mit mir gewohnt habt. In meinem Wohnding. Weil ihr Angst hat, dass wir zombies überrascht werden. Pack nicht drauf rum. Und dann hat irgendjemand TNT hinter meinem Bild gepackt. Ich weiß nicht. Hey, was machst du? Das ist meine Wohnung. Jetzt nicht mehr. Wir machen einfach so Schlafbuchten, weißt du? Warte mal. Oh Mann. Ich würde die ganze Zeit irgendwelche Spinnen draußen sterben. Ja, komisch. Ja, weil ich hier gerade alle abschlafe. Was weiß ich, weil... So, Ninja the Ripper läuft draußen. Also, hier dann noch eine zweite Schlafkohle. Ich habe jetzt mal drei Schaufen, ey. Hier ist die ganze Erde hier unten drunter. Und noch eine Schlafkohle. Der Hammer. Ja, das ist Luxus, Mann. Das ist mehr als du zu Hause hast. Ja, vermutlich. Weil ich habe keine Schlafkohle bei mir zu Hause. Also, das ist doch perfekt. Und auch so symmetrisch. Wir brauchen auch so ein 4, weil Play noch da mitspielt. Ach ja, komm. Big Saint schläft dann im Keller oder so. Ja, das ist der Keller selber. Aber ich habe einen Dungeon gefunden. Ja, das ist ja ganz toll. Was tust du da? Ach, du machst eine Treppe. Ja, das ist sehr schlau. Ja, nicht wahr. Aber auch sowas kann man natürlich nur ich und ich tun. Jetzt haben wir schon wieder so eine Art Bunker gebaut. Ich weiß nicht, wie unauffällig das ist. Irgendwie, ich weiß nicht. Wir sind so kleine... Am besten stellen wir noch so ein Schild drauf. Hier ist der unter und schon geheime Bunker. Bauen wir mal.